Also, Sie sehen, die Ann-Kathrin muss kleine Verhältnisse schaffen. Und früher war die einzelne Erbe, die einzelne Hallen, eine ganz weltvolle Archivegeheit. Heute wird achtmal die Halme. Da guckt kein Mensch mehr hin. Aber Sie sehen, Ann-Kathrin sichelt jede Halle extra ab. Und so wie Sie sich das vorstellen, hatte ich auch Unkreude, Distel und Hederich und alles Mögliche beieinander drin. Und da muss auch manchmal die Hand was aushalten, weil ein trockener Distel geht sofort in die Haut. Das ist natürlich eine wunderbare, saure Angelegenheit, dank der Chemie, die man auch in Eber hat. Mittlerweile ist sehr umstritten aus der Chemie. Ich habe gerade heute Morgen im Fernsehen kurze Berichtse von Monsanto. Also die halten in Amerika was aus. Das ist alles verteufelt, vom Diesel bis zum Randab. Also es ist schon eine schwierige Zeit, lieber. So, Ann-Kathrin, das hast du wunderbar gezeigt. Sie sehen, es war klein klein und war auch eine Sortiere rein. Nicht gerade links und rechts, sondern man muss jetzt schön ab. Ja, solche Banschee. Nicht so viel vornehmen. Ganz wenig vornehmen, Alexander. Also hier muss man immer wieder sagen, mit jedem Handreffen. Ist jemand, unsere Herrschaft, wenn wir mal probieren mit dem Reffen? Denn, ah ja, das ist aber schön. Wer will probieren? Dann probieren. In der Sonne. Ich weiß, das Kind noch. Nein, nein. Und wir treffen auch die Dame aus dem Gang. Aber alle Reffen haben die Rückstauung. Es war so. Ach, das wird sich jetzt gut zu einer rechten Bankerkammer. Ich glaube, das ist das für Sie jetzt vorstellen. Und, äh, Vorred, wer ist das? Jonas. Der Jonas Frank. Und hier bedienter Daniel Roth. Ich glaube, anderer Sitz. Ich stelle her. Er hat noch einen Sitz frei. Da haben wir einen Arm hochgecutt. Aller gut. Van a roi. Van a roi. Da zeigt man sehr. Jonas. Van a roi. Genau. Also jetzt kommt der Daniel an, abzulegen. Das heißt, wenn er versucht, Lücke zu machen, können wir dann mit dem Siegel aufnehmen und einlegen in die Streckelein. Die Streckelein, weil Streckelein genannt wurde. Es wurde früher da ganz Menge, große Menge gebraucht, weil die ganze Gabe, ja, zwar ein Bruder, wäre ein Mist, aber alles Gedreide, alles Eintömer ist. Und, äh, in die Scheune nach dem Kindergarten der Ausstellung. Also es war erst drei Kreise, dann kam der Sonnenschein und drei Nachspieler hat das Eintömer. Also sehr, das geht ganz gut. Daniel, das machst du ganz toll. Also ich bin doch mit dir ganz. Jawohl, der Applaus ist schön. Also ich grüße Sie ganz früher. Ich grüße Sie ganz früher. Und, und sind Maschine gerecht. Dann ist jetzt wieder mal eine Mähmaschine. Dann haben wir andere Anschauungen durch die Presse. Und die Landwirtschaft soll sich hier wieder zurückentwickeln. Bloß niemand sagt, wie das geht. Ich bin immer gespannt, was sie zu tun bringt. Die nächste Maschine. Diese Spezialmaschine war nur gedacht und nur gebaut und auch nur gekauft worden für Getreide, die dann das Getreide in Locken aufgelegt hat, auf den Boden aufgelegt hat. Und jetzt dann wieder um, haben wir dann Leute hinterherlaufen müssen. Manchmal setzt es immer die Maschine hinterher. Und haben dann diese wieder in Gaben eingelegt. Und wie sehr die Maschine macht, ist jetzt, weil es langsam kommt jetzt rein, kann es in den Klimat und legt es wunderbar ab. Und jetzt gibt es ein Sammerkopf. Ich weiß, dass wir da außen, weil das was so, was wir eigentlichen sehen. Und da hat man es ein Grund, weil ich was angelegt. Und gerade mit dem Geistengas. Also die Familie Haas ist mit der Restgemeinschaft sehr verbunden. Jetzt sehe ich sie genau, was jetzt schafft werden muss. Jetzt muss das Ganze eingelegt werden in Gaben. Und man geht sogar anständig, dass man das auch stellen kann. Also es war schon auch noch schwierig, trotz der Maschine. Aber das Treffer war weg. Und das Treffer-Bediener habe ich vorhin kurz erwähnt. War weg. Jonas, das ist ein Rettkampf. Göttes Messer, ganz gutes Messer, ganz gutes Messer. Neuschwanderkei, ganz stark. Ganz gut. Ganz hart. Ist es nicht so, diese Maschine, die Maschine, und das ist überschätzt und zwar, Fiatử wertrotz, über 50 Jahre alt. Und nach sanaio, abends habe ich's immer noch awake, es ist 60 Jahre alt, ich habe jetzt türkling. Aber bisher, mit Hilfe, die, heute war es, je war cool. Wotensums Quindi war, wichtig war, mit wa- a- z- kinder-äntiger, und so weiter, bis du da erlautelst. überfinde. So schön, schön gründet. Ich weiß nicht, dass meine Wünsche ist. So ein Jahr läuft es ganz spannend. Grün, nass. Und, äh, nächstes Winterlicht, war es lange, ich baue, weil ich, äh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, Wir sind ein kürzeres Raum, wo wir die Auge bekommen, schon ist es dann bei den Hohenfliegern die Annahme der Hochkraft. Aber es wäre ein kurzeres Leben für, man darf nicht sich als Sechfahren. Sechfahren, ich werde es gleich nachher sehen. Sechfahren würde gleich sein. Der Lico, der Platz für Ruhe war. Der Lico, du wirst auch einen Applaus für den schönen Laden. Prima. Der Lico ist noch an der Suche, was die Berufung machen will. Er hat ein Herz von Landenschaft, als ich letztes Mal, er wird seinen Weg gehen. Das ist, dass der Lico ist, der Lico ist, der das Herz von, der Lico ist. Der Lico ist, dass ist, dass der Lico ist, dass der Lico ist, der Lico ist, der Lico ist. Der Lico ist eine große Kürzer, die die Auge machen, der Stich rein nimmt, und der Lico ist ein Kürzer. Also hier sind 10 A-K-E-O-B. Schaut da hin. Ja, das ist ein. Was machen wir hinterher? Also hier ist es. Also hier ist es. Die Maschine geht einfach frei. Wir haben keine Probleme. Wir haben eine Sekt. 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 Wir fl sprechen fast. Wir fühlen ein Fem. So kann ich nicht. Wo kann ich nicht. Es muss sein, hinzu. Wie ist es 이거? Wie scootst du nicht? Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Wenn jemand mal ein Bauer wäre will, der gab ihm das hinüber. So sieht es hier aus, wie es hier gebildet ist. Das ist eine ganz hohe Schule, hier zu laufen zu lassen, dass der Riefer drauf bleibt. Aber das geht ganz gut, der Riefer vielleicht auf dem Stand. Wir sind nicht, der hat einen Riefer. Vieleleverleven sind im Wachstum. Im Wachstum sind nicht schlecht. In Carolyn die Trio und in Koenze sind die Laufung der Riefer, Die in der Trio-Liefer hat eine sehr gute Tür. Wachstum ist es hier in der Trio. Wir haben einen Riefer, der in der Trio-Liefer noch nicht gleich, Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. All those lights lying by your side Like a survive Feel it shine under your spotlight That's the way every day goes Looking back, I know we started falling We were falling in love, yeah Sip my heart